Guten Tag und herzlich Willkommen hier zurück bei Boyplay und auch auf CookieGames. Hallo. Das war ein richtiger Wuster und kein. Ich fange einfach mit einem Lucky Block an, ok? Ich habe es gesehen, da war es links neben mir. Und was es gibt? Ja, wir spielen eine Runde Jump League. Mit einem neuen Modul, glaube ich sogar. Modul echt? Nein, den kenne ich aber schon. Echt? Also ich habe es, glaube ich, noch nie gespielt, aber kann sein, dass ich mich... Den habe ich richtig oft schon gespielt. Dann habe ich den auch schon geschafft. Ich bin der Erste und noch ein Lucky Block und noch mal nichts passiert. Ok, ich habe es auch geschafft. Dominik, du bist echt besser geworden. Damals hast du nicht mehr den ersten Jump geschafft. Ja, doch den ersten Jump habe ich meist nicht geschafft. Also von der Plattform weg, aber danach nicht mehr. Ja, von der Plattform weg, aber auf den nächsten Block hast du halt nicht geschaut, was halt immer denn los ist. Das ist aber auch etwas, wo man stolz sein kann. So, mal gucken, wie lange ich hier jumpen kann, bis ich zum ersten Mal runterfalle. Ach, du bist noch gar nicht runtergefallen? Nee. Boah, ich bin so incompetent, ich habe Skype noch im Hintergrund an. Echt? Ja. Ich bin übrigens Erster gerade. Gut gemacht, Kevin. Richtiger Kevin. Ich habe letztens gesehen, wie du diesen Lian Jump verkackt hast. Ja, Alter, der Lian Jump, wenn man den auch nicht weiß, wie er geht. Ist mega easy. Ist richtig schwer. Nein, der ist richtig schwer, finde ich. Der ist jetzt vor mir, oder? Ja. Ja, ich bin zweiter, aber habe jetzt Jump Boost. Ich hasse diesen Jump. Ich hasse den Jump, der nach, bei diesen Bäumen kommt, auf die, auf die Plattform. Den kriege ich nicht hin. Doch, der ist ganz einfach, eigentlich. Oh, ich hasse ihn. So, mal gucken, ob ich ihn jetzt schaffe. Ich springe da einfach nicht ab, weil ich denke, ich muss bis zum äußersten Rand laufen. Das ist nicht so gut. Also abspringen sollte man wenigstens mal tun. Man sieht, der Dominik hat fleißig geübt. Ich bin schon wieder nicht ab. Ich bin zum dritten Mal nicht ab. Ja. Ich habe das letzte Mal vor zwei Wochen gespielt, aber ja, ich habe fleißig geübt. Wir haben das nicht vor zwei Wochen gespielt. Ja, das letzte Mal, als wir halt gezockt haben zusammen. Ist jetzt sicher. Ja. Ich bin bei dem schwarz-weißen billigen Zeug. Erst da, ich bin schon ein Part weiter. Gut gemacht, Kevin. Alter, ich weiß echt nicht, was bei mir abgeht. Ich habe auch heute Morgen ein bisschen Jump League gespielt. Also eine Map mal. Und hat die Map einfach direkt im ersten Versuch geschafft. Ohne Fehler. Oh, oh mein Gott. Was ist da los, Dominik? Nimmst du Drogen? Ja, ich weiß es nicht. Ja, ein bisschen Speed. Okay. Und das ist jetzt keine Anspielung da drauf, da ich grad Speed bekommen habe. Nee. Wie ein Lucky Block. Überhaupt nicht. Ist ja lustig, weil man kriegt gar keinen Schaden durch die Cocktail hin. Da habe ich am Anfang richtig gerätselt, weil ich immer gedacht habe, wie ich willkommen habe. Ist da eigentlich in die Insel rein? Ist da was? Nein, dann ist halt nur eine Abkürzung so gesehen. Oh. Und du hast mich überholt, weil ich da grad eben den Jump verkackt habe. Ja. Da siehst du mal. Speed ist nicht gut für einen Menschen, mein Freund. Ganz alter hat den Schnauzen so laut wie du bräuchst. Okay. Ich glaube, ich bin Speed. Nicht. Der Typ ist auf jeden Fall... A. Ich bin der Beste. Nicht. Weil ich manchmal fliege ich. Die einzige Male, wo ich runtergeflogen bin, ist deswegen, weil ich nicht gejumped bin. Ah. Okay. Sag mir, dass da unten nicht ein Chest ist. Okay. Wie soll ich dir jetzt sagen? Ich dachte, du wüsstest das. Wenn man oben lang geht, dann... Okay, Dominik. Das merke ich nie. Okay. Dann merkt die das. Ja. Ich werde mir das irgendwo aufschreiben, wenn ich dran denke. Dann kannst du ja in die Wettkonfi schreiben. Übrigens, Leute, hört auf den Benni zu abonnieren. Ja. Bis in einem Monat. Ja, okay. In drei Wochen könnt ihr anfangen, weil... Ich glaube nicht, dass ihr das jetzt so schnell schafft. In einer Woche. Ja, die wissen ja nicht mal, was sie schaffen müssen. Wir haben ja wieder gewettet. Ja. Wir haben einfach wieder gewettet gehabt, wie damals bei den 500 Abonnenten, wo ich Kat Mario spielen musste. Könnt ihr ja mal auf meinem Kanal gucken. Weißt du, ich sag so, du willst keinen Kat Mario spielen, aber ich lasse ihn trotzdem Kat Mario spielen. Ja. Da bin ich richtig asozial. Und jetzt, wo er kurz vor den 1000 steht, die müssen wir halt wieder wetten. Oder ja, wir mussten wieder wetten. Mhm. Das ist ja eine Pflicht. Ja. Und ja, wir haben halt mit vier Leuten, den Tobas, seinen Teampartner Colocube und mir, haben wir halt gewettet, wann er die 1000 Abonnenten bekommt. Und der Gewinner darf halt entscheiden, was die anderen drei ein Video zu machen müssen oder halt irgendwas anderes machen müssen. Anderthalb Stunden lang. Ja. Und ich kann ja kurz die Wette einsetzen, also die, ähm, warte mal, so, ich glaub der Tobi hat auf, gewettet auf eine Woche und drei Tage. Der Culler auf eine Woche. Ich hab auch... Ne, Culler hat drei Wochen gesagt. Echt? Ja, genau. Ja. Ich hab auf eine Woche und sechseinhalb Tage, also zwei Wochen gewettet. Und der Culler, äh, der Cookie hat ganz extra auf, äh, vier Wochen gewettet, weil der da auf jeden Fall... Da ist der extra. Ja, hast du gesagt, so, weil das ja am meisten Klicks gebraucht hat, das Video. Ne, 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 ne. Ich hab nicht ganz extra das gesagt. Ich, äh, glaube einfach nicht, dass du es innerhalb von einem Monat schaffst. Also, dass ich das überhaupt nicht schaffe in einem Monat? Doch, weil das du halt mindestens einen Monat brauchst für, äh, für jetzt den Rest. Okay. Weil so schnell ist es jetzt auch nicht. Ich hab ja schon 850. Du bist ein Pisser? Ja schon. Du kaufst dir die Abonnenten sowieso. Darüber hab ich auch schon diskutiert, ey. Ja. Aber wir wissen ja, es stimmt nicht. Wie, du? Das stimmt nicht. Natürlich stimmt das. Ohne Spaß. Irgendwann glauben wir es die Leute. Das stimmt ja auch. Ja, 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 ja. Der guck dir immer deinen Abonnentenzuwachs an, Alter. Der ist nicht normal. Der ist der Beste. Kann man nichts gegen machen. Du bist auch bei diesen Bookshelfes. Nein, ich bin noch, äh, ein Part hinter dir. Ich weiß gar nicht, wie du es geschafft hast, mich so schnell zu überholen. Ich bin jetzt in Part 9. Meine Güte, wieso schaffe ich den Einsprung da nicht? Diesmal hab ich zum ersten Mal so richtig viel Essen bekommen. Ja, ich hab auch grad mal genug. Irgendwie sonst hab ich immer Hunger. Das nächste Jahr, weil... Und ich muss jetzt schon mal sagen, ich werd im PvP-Park übelst verkacken einfach, weil ich ne, äh, gerade mit meinem Glasfaser Probleme ohne Ende hab und deswegen meine alte 2K-Leitung anschließen musste. Das heißt, ich hab jetzt irgendwie einen 70er bis 80er Ping. Und ja, so kann ich, äh, so gut wie Teilen treffen. Kann man da jetzt ein Enchanting Table, äh, setzen? Ja, kannst du. Aber halt erst in der Runde. Ah, okay. Das ist ja, das war meine Frage. Hey, wo muss ich jetzt hinjumpen? Ich hänge die ganze Zeit bei diesem Scheiß-Modul hier fest. Da muss ich hin. Cool. Diese... Du hast es gleich gewonnen. Ich bin der Erste, oh mein Gott. Jetzt hab ich das... Das war ich noch nie. Vor allem, ich glaub, du brauchst jetzt noch ein Modul, oder? Ich weiß es nicht. Aber das Modul ist nicht behindert. Davor ist auch nicht besser. Ich schaff diesen Einsprung nicht. Egal. GG an den Banging. Nein, ich war das nicht. Ich hab's nicht geschafft. Ich war das nicht, also... Ja. Ja, ja. Die Zeit ist für abgelaufen. Oh mein Gott, ich hab einen gekillt. Nein, ich werd auch gekillt. Oder? Nein, Alter. So ein richtiger Hoh- und so ein Abstauber. Und der ist einfach so richtig schlecht. Ja, okay. Ich hab einfach den Abstauber, der richtig schlecht ist, äh, getötet. Ich glaub ich einen getötet. Ich möchte eigentlich... Und ich find's scheiße, dass wir in der 1.8 spielen, so kann ich nicht gescheit blockhitten. Aber ich bin noch nicht gestorben, obwohl ich so einen scheiß Film hab. Ich hab's nicht verarschen. Ich hab mir die Level in den Jump Park gegeben, die sind jetzt weg. Ja, alles klar. Boah. Bei jedem... Toll, da wollte ich noch verzaubern, ne? Hättest du halt bis zur Runde warten müssen, das war jetzt nicht so scharf. Hä, hättest du nicht wissen können. Ich hab das Spiel das nicht so oft. Aber dann ist doch klar, dass... Ja, sonst liegen wir nur mal mindestens her. Nein, nein. Ach, nein. Ja, wir gehen voreinander weg, okay. Fühl ich dich halt erst als letztes. Was auch nicht, du hast keine schlechte Ausrüstung gehabt. Ja. Aber die, äh... Ich hab eigentlich alles, was ich jetzt an Rüstung und Schwert hab, hab ich in den ersten, zwei Modulen gekriegt. Hä, das gibt's doch nicht, du bist schon wieder, ey. Verstecken die sich die anderen oder was in den Häusern? Ja, anscheinend. Oh, der hat PvP im Namen und der ist gut. Der ist, glaub ich, der erste Typ mit PvP im Namen, den ich gesehen hab, der gut ist. Da kommt einer. Von dem hol ich mir jetzt. Und dann krieg ich's mal falsch an. Ich muss was essen. Weil er drunter... Da war doch grad noch nen Name, da ist der. Der versteckt sich am Rand. Ach, ey. Der ist meiner. Mein Kill. Okay. Der genau greift nicht noch an. Nein, bei mir leckt. So, ich bin sagen, ich hab' einen hunderter Pink. Wie viel Leben hast du noch? Äh, halbes Herz, glaub' ich. Mann, ey. Wascht da aus? Nicht sagen. Dieser Daniel Fett, ich hasse diese Leute, ne? Was? Wen hast du? Die Leute, die sich die ganze Zeit nur hardcore verstecken. Und der schreibt ja auch noch Sucht nicht, ey. Ja, solche Leute sind halt ein wenig blöd. Das ist auch manchmal, dass einfach dein Inventar sich kurz, äh, du es öffnest, äh, so ein bisschen zur Seite verschiebt. Ne. Okay. Das war jetzt schon irgendwie das Zweifel oder dritte Mal, da ist mir das passiert ist. Es schiebt sich einfach ein bisschen. Ah, ja, hier ist es nicht so schön und der Stelle. Ich geh mal kurz ein bisschen weg. Okay. Okay, nein. Ich weiß, wo der Typ ist. Da kam halt einer abgestorbt. Ich hasse sowas. Haben sich zwei Leute... Weißt du, wo der andere ist? Der ist mitten auf dem Turm. Ich weiß gar nicht, wie der hochkommen ist. Hier? Und guck. Der geht wieder runter. Der ist über das Wasserfall hochgeschlugen. Ja, aber ich komm' nicht in den Wasserfall rein. Wie bei den anderen? Noch ein anderer? Ja, wo bist du denn? Warte, oh. Ah, das meinst du. Ja, hier bei mir war auch noch ein Loot, aber den finde ich nicht. Der versteckt sich. Warte, ich such mal einen Armdill. Da vorne ist einer. Der... Okay, der kämpft gerade. Ne, hinter dir, hinter dir! Ja, super. Ja, egal. War eine ganz gute Runde. War eine gute Runde dafür, dass ich so ein Scheiß-Ping habe. Ich hab auch, ähm, 5 Kills gemacht. Ja, ich hab nicht so viele Kills gemacht, aber... Gerade noch 25 Jump Fails, Alter. Wo steht das? Ähm, deine Statistik... Ich hab 13 Jump Fails. Ich hab 13 Jump Fails. Ich hab ein Action, also 2, okay, okay. Jo, das war's dann für die Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und ciao. Bis dann, haut rein und ciao.